Hallo liebe Zebras, hier ist eure Nummer 14, Tim Albutard. Heute am 15. Dezember habe ich euch was mitgebracht vom Forum Duisburg. Schauen wir doch einfach mal rein. Heute gibt es einen Gutschein vom Forum Duisburg zu gewinnen, habe ich gerade gesehen, über 50 Euro. Macht doch einfach mal mit, viel Glück dabei und dem Gewinner viel Spaß damit. Nur mit euch wird es ein richtiges Fest.